Ah, Glytus, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin gewirrt. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Kletis. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht so lange ich das verhindern kann. Stopp! Warum? Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort! Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Null ist es! Sieh nahe! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber... Aber was? Ähm, aber was ist mit dem Organon? Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja. Die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber... Ach, hey. Aber was ist mit ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber... Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Die Ponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey. Wenn Sie es genau wissen wollen. Es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Goal. Goal ist den... Ähm, glaube ich nicht. Ich bin nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben. Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat. Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit. Inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab. Das... Das ist... Unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantennen zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantennen. Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ufus natürlich. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Frölle. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Oh, Papps Tochter Schwierigkeiten. Die drei Helden. Was ist jetzt? Au. Ja, ziemlich hoch hier. Kabel. Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendigste Etikettenschwindler der Galaxis bin. So, Antenne. Es ist wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Hoppla. Knack. Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Argus. Was haben wir noch da? Gliedes. Wer hätte gedacht, dass wir mal in dieser Besetzung zusammenarbeiten würden? Das stimmt. Wir könnten doch. Wir könnten doch. Ei, ei, ei. So, was haben wir jetzt? Wir haben hier eine Antenne. Können wir die dem Gliedes geben? Wir könnten doch. Nein. Na los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Müssen wir hier Sperrwehr... Ach so. Aha. Okay, das machen die jetzt auch und kommen hier rüber. Ne. Wenn das mal alle schaffen. Jawohl. Puh, das war spaßig. Spaßig! Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie. Du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist toll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen? Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Wagen. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Puh. Verdammt. So, jetzt haben wir hier irgendwo die Antenne, oder? Oder wo? Sender. Da ist er doch. Wie da bloß ranzukommen wäre. Ist das der Einzige hier? Ja. Antenne können wir... Ja, wir haben doch noch zum Glück unsere Antennen. Das ist das Einzige, was wir probieren können. Mach mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Off. Haha, getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich. Wie sich das gehört? Hä? Wo? Na, guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen. Und er bringt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Hm. Verdammt. Er ist immer noch aktiv. Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Ähm, ja, Cletus, springen würde ich sagen. Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Da runter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-Pro-Kopf-Verhältnis. Ah, okay. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. Oder es werden alle drei gleichzeitig zerfetzt, oder? Es sind noch drei Rotoren. 2. Hey, was ist los? Springt ihr gar nicht? Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl nur gehen. Hast du mich? Nein. Einmal. Ich bin echt allein gesprungen. Können wir springen? Ah, was nochmal? Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. 1, 2. 1, 2. Ihr wolltet schon nie. Ach so. Wenn der 2 sagt, müssen wir springen. Wollen wir nochmal? Na gut. Jetzt nicht aufdragen. Ja, jetzt nicht mugeln. 1, 2. Und 3. 3. Ach so, ein Arschloch. Der bleibt oben stehen. Toll. Aber wir haben es beide geschafft, oder? Sah so aus. Rufus? Rufus, aufwachen! Wow. Aua. Was... Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo! Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja. Siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Ich sehe ihn. Der liegt da. Von hier aus komme ich da nicht ran. Na, schöne Scheiße. Dann kommen wir bestimmt mit der Ant... Wir haben keine Antenne mehr. Hören wir doch auf. Was haben wir denn sonst hier? Oh, ein Loch. Ein Loch. Schraube. Ach, guck mal einer an. So, die können wir doch bestimmt lösen, oder? Gibt es da auch noch welche? Ne, nur hier die 2. Nein. Moment. Wenn ich diese Schraube löste, was hielt ihr dann die Brücke? Das stimmt, Trophos. Aber hier sind doch nicht mehr Schrauben, oder? Doch, das... Da sind auch noch welche. Hm. Hm. Tun wir die mal ins Loch da stecken, oder? So. So. So, und jetzt hier die lösen, oder was? Ähm, oder nicht? Ah, okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch die Schrauben hier lösen. Dann ist die Brücke kippbar. Hier zu allen Seiten. Und der Rotor bleibt als Mittelpunkt, sozusagen. Ah, guckt mal einer an. Und dann laufen wir mal auf die andere Seite. Jawohl. Und der Sender ist zu erreichen. Ach, ich hab' ihn. Hörst du, Argus? Ich hab' ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so. Ja klar. Meine leichteste Übung. So. Gut, jetzt müssen wir das Ding kaputt machen. Das ist nur ganz logisch, dass wir die Haufen Schrauben natürlich wieder hier reinstecken müssen. So. Und um jetzt nach oben zu laufen, damit es halt nicht wieder nach unten kippt. Und hier oben können wir bestimmt mithilfe des Rotors den Sender zerstören, nehme ich an. Nein! Was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jeweils gehört habe. Oh. Na nun, der hat doch einen Rallfinger. Hohoho. Juhu. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur, um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist eine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest? Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Ah! Was ist denn jetzt los? Wir haben ja nichts Putschen. Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Wer bist du, Deponia, bereits? Wir werden abstürzen. Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommeln deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Goh, wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei? Oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein. Aber... Na dann, was sagst du?